Hallo meine lieben Freunde des geflickten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir mit euch zusammen heute mal ein paar neue Geräte ansehen. Denn bei Action gibt es gerade unschlagbar günstig eine große Produktpalette an Smart Home Geräten und zwar vom Hersteller LSC. Ich habe mir hier mal drei Leuchtmittel und so eine Sirene besorgt. Die Produktpalette ist aber noch wesentlich umfangreicher. Ich blende hier oben mal einfach einen Ausschnitt davon ein. Da gibt es Outdoor Gartenlampen, da gibt es Wandlampen, da gibt es Steckdosen und und und. Könnt ihr euch ja einfach mal durchklicken. Jedenfalls möchte ich mir das ganze mit euch einmal ansehen, wie diese Geräte in Home Assistant zu integrieren sind. Da es sich um Tuya-Geräte handelt, sind diese natürlich in der Regel erst mal cloudbasiert oder zumindest darauf ausgelegt. Bei Home Assistant gibt es aber ja inzwischen die Integration Tuya Local. Da wurde ich von unserem Discord so ein bisschen gegängelt, mir das mal endlich anzusehen und das möchte ich in diesem Video mit euch gemeinsam machen. Heißt, wir versuchen in diesem Video diese cloudbasierten Geräte von der Cloud abzukoppeln und so mit lokal in unserem Home Assistant zu verwenden. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt einmal Schritt für Schritt an. Zuerst einmal hier habe ich so einen Spot zum Beispiel mit einer GU10 Fassung. So sieht das ganze aus. Ganz normaler Spot anschließen sollte funktionieren. Zusätzlich haben wir hier noch so eine normale LED-Glühbirne mit einer E27 Fassung. Das ist einfach noch mal der gleiche Spot. Und hier noch die Sirene einfach in die Steckdose einstecken und auch die sollte über die App direkt laufen. So, als allererstes müssen wir jetzt mal diese Geräte überhaupt bei uns ins WLAN bringen, damit sie überhaupt steuerbar sind. Dafür benutzen wir die Smart Life App und wie wir die Geräte da rein kriegen. Das schauen wir uns jetzt mal im ersten Schritt an. In einem zweiten Schritt müssen wir dann Geräte IDs und Keys auslesen, um sie dann über Tuya Local hinterher lokal steuern zu können. Da kommen wir aber nachher zu. Fangen wir erst mal mit der Grundkonfiguration und dem Aufnehmen in unser eigenes WLAN an. Dafür habe ich jetzt hier mal eine Mehrfachsteckdose und hier so eine Lampenfassung. Die GU10 habe ich leider nur Fassungen in der Decke. Das heißt, die schließe ich gleich einfach nur. noch mit an, aber verhalten sich genauso wie diese Sockellampe. Von daher reicht das, wenn ich es an diesem Beispiel einmal zeige. Starten wir also mal mit dieser LED-Lampe mit E27-Fassung. Die schrauben wir jetzt hier einfach mal rein. Sie geht auch sofort an und sie müsste jetzt anfangen zu blinken. Da ist das Blinken schon und das bedeutet, diese Lampe ist noch nicht mit dem WLAN verbunden. Also nehme ich mir jetzt einmal mein Handy, starte hier mal die Smart Life App, stimme den Bedingungen zu und wir erstellen ein neues Konto. Trage hier die E-Mail-Adresse ein und klick auf Verifizierungscode abrufen. Dann seht ihr, habe ich sofort eine E-Mail von Smart Life mit dem Verifizierungscode bekommen. Den kopieren wir uns, wechseln wieder in die Smart Life App, sagen hier einfügen und können jetzt ein Passwort vergeben. Klicken auf Fertigstellung. Den Zugriff auf die Daten können wir eigentlich alles deaktivieren und sagen App aufrufen. Das war es eigentlich schon und ihr seht sofort, wenn ihr mit dem WLAN verbunden seid, dass er jetzt hier schon gemerkt hat, dass es noch ein Gerät gibt, welches nicht mit dem WLAN verbunden ist, welches wir noch hinzufügen können. Also klicken wir hier einfach mal auf hinzufügen. Dann müsst ihr jetzt das WLAN auswählen, in welches ihr die LED-Lampe einbinden möchtet. Unten das Passwort angeben und wir klicken auf Weiter. Das dauert dann jetzt einen kleinen Moment. Ihr seht, das Blinken hört auch endlich auf und durch den grünen Haken wird uns jetzt signalisiert, die Einbindung war erfolgreich. Wir klicken auf Weiter und er sagt, das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Klicken wir oben mal auf Fertigstellung und sind sofort in der Oberfläche für diese Glühbirne. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal unser Reinweiß in ein Warmweiß zu wechseln oder natürlich auch jede beliebige Zwischenstufe zu wählen. Wir können die Helligkeit rauf und runter schrauben und wir haben auch die Möglichkeit, hier auf Farbe umzustellen und entsprechend unsere gewünschte Farbe einzustellen. Die Farben kommen ja auf der Kamera leider nicht so gut rüber. Ich glaube, hier auf der Reflexion auf dem Tisch kann man diese noch am besten erkennen. Wenn ich jetzt mal auf Rot wechsel, seht ihr diese blaue Reflexion wechselt auf Rot oder eben auf Grün. Funktioniert auf jeden Fall auch wunderbar. Was man dazu sagen muss, die Farben sind bei weitem nicht so hell wie das weiße Licht für ein Stimmungslicht oder ähnliches, aber absolut ausreichend. Wenn wir jetzt hier oben mal auf Menü tippen, dann haben wir hier zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, unsere Glühbirne umzubenennen. Ich nenne sie jetzt einfach mal LED-Eingang. Ja, und viel mehr müssen wir hier auch gar nicht machen, denn das wollen wir ja am Ende sowieso nicht benutzen. Kommen wir also jetzt mal zu der Sirene. Schließen wir diese also jetzt auch einmal am Strom an. Die LEDs an der Sirene blinken schon mal, also ähnliches Verhalten wie bei unserer LED-Birne. Ich bin nicht sicher warum, aber scheinbar wird diese nicht automatisch erkannt. Insofern klicken wir einmal hier oben auf das Plus und schauen mal, wo wir diese Sirene eventuell finden könnten. Schauen wir mal unter Weitere und sagen zum Beispiel jetzt einfach mal sonstiges WiFi. Wählen wieder unser WLAN aus und jetzt müssen wir hier einfach nur bestätigen, dass unser Gerät zurückgesetzt ist und blinkt. Das Blinken sehen wir hier, also müssen wir das Zurücksetzen von diesem Gerät gar nicht durchführen. Ansonsten folgt einfach der Anleitung. Ich klicke jetzt hier einfach auf Weiter. So und jetzt sagt der Gerät hinzufügen. Also er sucht jetzt gerade unsere Sirene. So das Blinken hat aufgehört. Insofern hat er unser Gerät gefunden. Er bestätigt das auch mit Registrieren des Geräts auf der Cloud. So und hier seht ihr jetzt, Sirenensensor wurde erfolgreich hinzugefügt. Also wieder auf Fertigstellung klicken. Und da es sich um ein Sicherheitsgerät handelt, schlägt er uns jetzt hier vor, dass wir den Benachrichtigungstest durchführen können. Ich klicke mal auf Prüfung. So und jetzt sehen wir hier unsere Sirene und unsere LED in unserer Smart Life Oberfläche. Und die Sirene können wir auch mal testen, indem wir hier einfach mal oben auf das Power Symbol bei der Sirene klicken. Ihr seht, da kommt auch oben nochmal eine Benachrichtigung darüber, dass die Sirene aktiviert wurde. Ja und ich glaube, dieses Signal sollte eigentlich auch ganz gut zu hören sein. So viel erstmal dazu. Das wäre so der erste Schritt. Grundsätzlich sind wir jetzt also startklar. Unsere Geräte sind über die Smart Life App zumindest schon mal steuerbar. Jetzt wollen wir sie nur noch ins Home Assistant kriegen. Dazu schließe ich mal eben noch diese beiden GU10 Birnen an. Und dann wechseln wir runter ins Büro und schauen mal, was wir tun müssen, um unsere Geräte ins Home Assistant in Thuja Local zu integrieren. So, nachdem wir jetzt alle unsere Geräte in der Smart Life App eingebunden haben, wechseln wir an den PC und müssen als erstes das Programm BlueStacks installieren. Wie ihr seht, die Installation habe ich hier schon durchgeführt, aber ganz kurz für euch. Das Programm bekommt ihr von der Seite bluestacks.com. Alle Links findet ihr natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt inzwischen BlueStacks 5. Ich verwende in der Anleitung jetzt hier BlueStacks 4. Also hier einfach auf Download BlueStacks 4 klicken, runterladen, installieren und dann kann es auch schon losgehen. Bei BlueStacks handelt es sich um einen Android-Emulator. Diesen brauchen wir, da wir Zugriff auf die Anwendungsdateien benötigen. Denn wir müssen jetzt IDs und Keys von unseren Thuja-Geräten auslesen und diese schreibt die App eben in den App-Speicher. An den kommen wir in der Regel nicht so ohne weiteres dran, geht natürlich auch per ADB. Also wer sich damit auskennt, kann natürlich auch diesen Weg nutzen. Ich zeige jetzt den Weg über BlueStacks, denn ich denke, den kann jeder auch so ganz einfach nachvollziehen. Also, nachdem ihr BlueStacks dann installiert habt, können wir das auch direkt starten und landen dann hier auf dem Android-Desktop. Eventuell beim ersten Start landet ihr im Game Center, also einfach einmal hier auf meine Spiele klicken und dann befindet ihr euch auf dem Desktop. Jetzt benötigen wir auch hier in unserem emulierten Android-System die Smart Life App. Man könnte jetzt denken, wir nehmen einfach die aus dem Play Store, aber die funktioniert nicht mehr. In der aktuellen Version werden die Keys nicht mehr an der üblichen Stelle abgespeichert. Insofern brauchen wir jetzt eine alte Version der Smart Life App. Ich nehme dafür die Version 3.6.1 und zwar vom Host apkmirror.com. Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Also laden wir uns diese APK-Datei jetzt einmal runter. So, der Download ist abgeschlossen. Den Browser können wir schließen. Hier seht ihr die APK-Datei und diese ziehen wir jetzt hier einfach auf den Android-Desktop. Dann seht ihr hier auch schon, er installiert sofort die App. Installation ist abgeschlossen, also können wir Smart Life nun starten. Wählen hier unten ein vorhandenes Konto verwenden, stimmen den Richtlinien zu und melden uns jetzt mit dem Account an, in dem wir unsere Geräte hinterlegt haben. Ja, und hier seht ihr jetzt auch schon alle vier Geräte, die ich euch eben gezeigt habe. Und wie ihr seht, die beiden Spots habe ich ebenfalls noch in der App hinterlegt. Das war's auch schon. Mehr müssen wir gar nicht machen, denn im Hintergrund hat jetzt die Smart Life App die Konfigurationsdatei schon geschrieben. Heißt, wir schließen jetzt hier oben über das X einfach die Smart Life App. Bluesticks lassen wir offen, können das aber mit Minimieren in den Hintergrund legen. Und was wir jetzt benötigen, ist das Programm Bluestacks Tweaker. Das bekommen wir von der Homepage bstweaker.tk. Direkt auf der Startseite gibt's hier oben zwei Herunterladen-Buttons. Ich nutze jetzt einfach mal den ersten. Und wir erhalten hier eine ZIP-Datei. Fenster können wir schließen. Hier haben wir die ZIP-Datei. Und den Ordner aus der ZIP-Datei entpacke ich jetzt einfach mal auf den Desktop. Dann wechseln wir in das entpackte Verzeichnis und starten darin die Datei bluestacks-tweaker.exe. Hier schlägt zwar der Microsoft Defender an, weil er den Hersteller nicht kennt. Aber wir klicken auf weitere Informationen und sagen hier unten einfach trotzdem ausführen. Bestätigen das Ganze nochmal. Und bstweaker wird gestartet. Dann sehen wir hier unten links am Rand, dass er jetzt mit dem ADB-Server sich verbunden hat. Es ist jetzt grün geworden. Heißt, Bluestacks ist jetzt mit bstweaker verbunden. Also klicken wir hier am unteren Rand auf File Manager. Denn wir müssen ja jetzt die Konfigurationsdatei runterladen. Jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite des Fensters den Inhalt von unserem Android-Emulator. Und auf der linken Seite unseren PC. Heißt, auf der rechten Seite suchen wir jetzt mal die Konfigurationsdatei, die wir benötigen. Die befindet sich unter Data hier ganz oben. Darin wechseln wir wieder in das Unterverzeichnis ebenfalls Data. So und hier seht ihr jetzt für jede installierte App einen Ordner. Das scrollen wir mal nach ganz unten. Da finden wir com.tuja.smartlife. Da gehen wir rein und darin in den Ordner Shared Prefs. So und hier sehen wir jetzt zwei Dateien Preference Global Key. Uns interessiert die zweite und zwar die mit der Zahlen-Buchstaben-Kombination am Ende. Diese wählen wir also aus. Wählen hier auf der linken Seite den Speicherort unserer Wahl. In meinem Fall jetzt mein Desktop. Und klicken hier unten auf Copy. Bestätigen den Kopiervorgang mit OK. So und jetzt wird einfach die Konfigurationsdatei von der Smart Life App auf unseren PC herüber kopiert. Da ist sie auch schon. Also können wir den Tweaker ebenfalls schließen. Wir können hier mal kurz einen Blick in die Datei werfen. Ja, so sieht die Datei im Inneren aus. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen nach rechts scrollen. Dann seht ihr hier zum Beispiel Local Key und dahinter diese Zeichenfolge. Und genau um diese Schlüssel geht es uns jetzt. Die müssen wir jetzt für jedes Gerät aus dieser Datei extrahieren. Das kann man von Hand machen. Es geht aber auch etwas einfacher. Und wie, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar gibt es das GitHub Verzeichnis von Mark Watt Tech. Und wie ihr hier seht, hat er ein kleines Konsolentool geschrieben, mit dem es uns möglich ist, diese Datei zu analysieren und die Keys bequem damit auszulesen. Heißt, wir klicken hier oben einfach mal auf Code und sagen Download Zip. Dann sehen wir auch hier jetzt wieder die heruntergeladene Zip-Datei. Sagen jetzt einmal hier Entpacken. Gehen in das Verzeichnis. Darin gibt es eine Datei MWT-TUYA-KEY-Extractor.zip. Diese entpacken wir ebenfalls. Wechseln dann in den Ordner MWT-TUYA-KEY-Extractor. Gehen darin in den enthaltenen Unterordner und finden hier unsere Anwendung TUYA-KEY-Extractor.exe. Diese starten wir. Klicken hier wieder auf weitere Informationen trotzdem ausführen. Und hier seht ihr jetzt den MWT-TUYA-KEY-Extractor. Was wir jetzt als erstes machen müssen ist, wir müssen den Config-Filepath hier angeben. Und zwar zu unserer heruntergeladenen Konfigurationsdatei. Dafür mache ich jetzt hier einmal einen Rechtsklick, sage Eigenschaften und kopiere mir hier mal den Speicherort der Datei. Wähle jetzt in dem MWT-TUYA-KEY-Extractor 1. Drücke Enter. Und mit rechter Maustaste kann ich den kopierten Text hier unten einfügen. Dann gebe ich einen Backslash ein. Und jetzt benötigen wir noch den Dateinamen. Den können wir uns hier oben raus kopieren. Dann klicke ich hier nochmal mit der rechten Maustaste und wir haben die volle FAD-Angabe eingetragen. Das bestätige ich mit Enter. Nochmal Enter für Continue. So und jetzt seht ihr hier oben SetConfig-Filepath ist unser FAD hinterlegt. So und jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten. Alle Schlüssel einfach ausgeben. Alle Schlüssel fancy ausgeben. Oder alle Schlüssel nach ID ausgeben. Ich wähle jetzt einfach mal den Punkt 2. Drücke Enter. Und hier seht ihr Device-Name, Local Key und Device-ID für jedes unserer vier Geräte. So und das sind die Informationen, die wir benötigen. Die markiere ich mir jetzt mal. Sage jetzt hier bearbeiten, kopieren. Erzeuge mir eine neue Textdatei. Die nenne ich jetzt einfach mal Tuya-IDs. Und füge hier alle meine ausgelesenen Schlüssel ein. Ja und damit ist die Vorbereitung abgeschlossen. Wir haben alle notwendigen Informationen zusammengesammelt und können uns jetzt ins Home Assistant begeben. Im Home Assistant wechseln wir jetzt mal in den Menüpunkt Hex. Gehen hier auf den Punkt Integration. Sagen durchsuchen und hinzufügen. Und suchen hier einfach mal nach Local. Und dann seht ihr hier auch schon Local Tuya. Das wählen wir aus. Und sagen hier unten rechts, installiere dieses Repository in Hex. Wir klicken auf Installieren. Tuya wurde installiert und ihr seht ausstehender Neustart. Also starten wir Home Assistant einmal neu. Einstellungen. Server Steuerung. Konfiguration prüfen. Konfiguration ist okay. Also Server neu starten. So Home Assistant wurde neu gestartet. Wir schauen nochmal eben ins Hex. Und hier sehen wir Local Tuya ist fertig installiert. Also gehen wir jetzt auf Einstellungen, Integration und sagen Integration hinzufügen. Suchen jetzt hier nach Local Tuya. Wählen das aus. Das dauert nochmal einen kleinen Moment. So und jetzt schlägt er uns hier alle erkannten Tuya Geräte vor. Wie ihr seht, ich habe hier in meinem Netz schon ein paar mehr Geräte eingefügt. Jetzt gilt es die richtigen Geräte hier zu finden. Da wir die notwendigen Daten aber ja jetzt in einer Textdatei haben, lege ich die jetzt einfach mal links neben Home Assistant. Und wir fangen mal an mit dem LSC Spot 1. Die Device ID fängt an mit BF224. Also suchen wir die jetzt mal. BF224. Das ist diese hier. Und dann klicken wir auf Absenden. Als Name übernehmen wir jetzt hier LSC Spot 1. Local Key ist hier der Local Key mit D11 am Anfang. Host Device ID und Protokoll können wir alles direkt so lassen. Und klicken auf Absenden. Jetzt müssen wir ihm sagen, um was für eine Art von Gerät es sich handelt. In unserem Fall ist es ein Licht. Also wählen wir hier Light aus und sagen Absenden. So diese Maske hier ist jetzt ein kleines bisschen tricky. Aber wenn es sich um RGB-Birnen handelt, könnt ihr euch an die folgende Konfiguration halten. Und zwar. Die ID bekommt die Nummer 20. Als Friendly Name übernehmen wir wieder LSC Spot 1. Für die Helligkeit, also Brightness, wählen wir den Punkt 22. Für die Farbtemperatur den Punkt 23. Der Color Mode ist die Nummer 21. Und Color der Punkt 24. Dann scrollen wir runter bis ans Ende und sagen Absenden. Wir landen dann wieder in der Entity-Auswahl, aber jetzt ist Do Not Add Any More Entities aktiviert. Das lassen wir auch so. Sagen einfach Absenden. Können jetzt für unseren Spot noch einen Bereich auswählen. Ich sage jetzt hier mal Wohnzimmer und klicke auf Fertig. So und dann seht ihr, haben wir hier unseren ersten LSC Spot integriert. Das machen wir jetzt auch noch für den zweiten Spot. Wir sagen wieder Local Tuya. Suchen jetzt nach BFBA7. Das dürfte dieser hier sein. Wir sagen Absenden. Übernehmen wieder den Namen und den Key. Wählen hier Light aus. Und dann wieder ID 20. Friendly Name. Wieder den Namen übernehmen. Brightness 22. Color Temperature 23. Color Mode 21. Und Color ist die 24. Absenden. Absenden. Bereich auswählen. Fertig. Dann haben wir noch die LED am Eingang. Und die hat BFC 4C direkt ganz oben. Also wählen wir sie aus. Sagen weiter. Übernehmen den Namen. Übernehmen den Key. Light. ID 20. Friendly Name. Brightness 22. Color Temperature 23. Color Mode 21. Und Color 24. Absenden. Absenden. Fertig. So, das einzige was uns jetzt noch fehlt, ist unsere Sirene. Also gehen wir wieder auf Integration hinzufügen. Suchen. Suchen wieder nach Local 2. Ja. Und suchen jetzt nach unserer ID. BFA 00 D7. BFA 00 D7. Auch direkt wieder am Anfang. Wir sagen Absenden. Sagen jetzt hier als Name einfach mal Sirene. Sensor weiß ich auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Den Local Key übernehmen wir auch wieder wie gehabt. Sagen Absenden. So, und jetzt ist es kein Light Entity, sondern wir möchten die Sirene ja ein und ausschalten. Also ist es ein Switch. Den wählen wir aus und sagen Absenden. Als Friendly Name sagen wir hier auch wieder Sirene. So, und Current, Current Consumption und Voltage haben wir bei der Sirene meines Wissens nicht. Ich glaube nicht, dass die ein Strommesser integriert hat, aber was wir brauchen, um die Sirene zu schalten, ist der Eintrag ID. Und bei ID, wenn wir uns an die Lampen erinnern, wurde immer ein Boolean Wert mit True oder False angegeben. Und da haben wir hier nur einen, das ist die 13, also wählen wir diesen aus und sagen Absenden. Das war's auch schon. Do not add any more entities. Absenden. Einen Bereich auswählen. Und wir sind fertig. Und so schnell haben wir jetzt vier Geräte über Local 2 ja in unser Home Assistant integriert. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der Übersicht an. Ich gehe dazu auf meinen Reiter Test in den Konfigurationsmodus. Ich lege eine neue Karte an, suche jetzt hier nach Elemente und füge jetzt hier mal eben alle vier Geräte hinzu. Spot 1, Spot 2, die LEDs am Eingang und die Sirene. Wir speichern das Ganze und hier seht ihr jetzt unsere vier Tuya-Geräte. Wir können die Lampen jetzt hier ein- und ausschalten. Wir können hier drüber auch die Farbe ändern. Das gleiche geht natürlich auch mit der LED-Birne. Und was wir auch können, was ihr jetzt auch hören könnt, ist, wir können die Sirene einschalten. Ich denke mal, der Ton war zu hören. Also, unsere vier Geräte sind einsatzbereit. So, einen Punkt möchte ich euch zum Abschluss aber noch zeigen. Und zwar, wir steuern zwar jetzt unsere Geräte schon lokal und nicht mehr über die Cloud, aber die Geräte sind weiterhin in der Lage, in die Cloud zu übertragen. Und das tun sie in der Regel auch. Das seht ihr alleine schon daran, wenn ihr mit eurem Handy einfach mal das Mobilfunknetz nutzt, also aus dem WLAN einfach mal rausgeht, dann seid ihr immer noch in der Lage, über die Smart Life App eure Geräte zu schalten. Und das gilt es jetzt auch noch zu verhindern, denn wir wollen ja eben nicht, dass unsere Geräte noch weiterhin in die Cloud funken. Ich verwende eine Fritzbox für alle anderen Router. Müsst ihr mal selber gucken, wie das genau geht. Bei der Fritzbox ist es relativ einfach. Ihr habt im Punkt Heimnetz den Übersichtsbereich Netzwerk. Da werden alle eure Geräte gelistet. Die IP wurde euch im Home Assistant angezeigt. Das heißt, diese vier Geräte sind unsere neuen Fiatuja-Geräte. Und ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel das Gerät mit der 151. Ich gehe auf Bearbeiten. Dann könnt ihr hier oben eurem Gerät einen neuen Namen geben. Ich weiß gerade nicht mehr, welches es ist, deshalb lasse ich das jetzt einfach erstmal so. Was ich dann immer mache, ist auf jeden Fall, ich setze hier den Haken diesem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen. Und dann, wo es uns jetzt gerade darum geht, wir möchten über die Kindersicherung den Internetzugang sperren. Also klicke ich hier einfach mal auf Sperren. Dann dauert das hier mal noch einen kleinen Moment, bis sich das Ganze aktualisiert. Und jetzt seht ihr, jetzt steht hier Entsperren. Das heißt, hier auf der rechten Seite sehen wir auch Gerätesperre aktiv. Also bestätigen wir das Ganze jetzt noch mit OK. Und das wiederholt ihr jetzt einfach für jedes hinzugefügte Gerät. Und somit sind eure Tuya-Geräte jetzt auch nicht mehr in der Lage, Daten an die Cloud zu übertragen und sind somit vollständig lokal. Ja, soviel zum Thema Tuya-Geräte über Local Tuya in Home Assistant integrieren. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir ein bisschen folgen. Wenn ihr aber doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch direkt bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um das Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nichts geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!